Das wohl mächtigste Werkzeug gegen Angst, gegen Unsicherheit und dem inneren Kritiker, das werde ich dir heute mitgeben, am letzten Tag dieser inzwischen zehntagigen Endlich-Furchtlos-Serie. Und wir gehen heute auf das Thema Macht ein. Offensichtlich halt, was ist denn das Mächtigste gegen Angst? Es ist die Macht selbst und warum die meisten Leute, genauso wie ich es früher auch hatte, enorm viele negative Assoziationen gegenüber Macht haben, so hast du wahrscheinlich sehr viele negative Assoziationen mit Macht und raubst dir deshalb deine eigene Macht, was dich schwach macht, was dich unsicher macht, was dich verängstigt und verunsichert. Und das werden wir heute ein für alle mal klären. Damit erst einmal, hi Alexander Wahler hier, nicht vergessen. Heute ist der letzte Tag, wo du in meinem neuen Kurs Endlich-Furchtlos-Beitreten kannst auf Endlich-Furchtlos.de. Das heißt, wenn dieses Video dich hier abholt und anspricht, wirst du Endlich-Furchtlos-Lieben, denn das hier ist ein kleiner Sneak-Peak, was dich in dem Kurs erwartet. Das hier ist so nicht mal ein Prozent, würde ich sagen, von dem, was wir in dem Kurs durchgehen. Endlich-Furchtlos.de. Heute ist der letzte Tag. Letzte Chance beizutreten, denn die Uhr tickt. Und jetzt gehen wir auf Macht ein. Weißt du, was verbindest du mit Macht? Frag dich das einfach mal. Lass die Frage einfach mal kurz im Raum stehen. Was verbinde ich mit Macht? Und wenn es dir so geht, wie es mir früher ging, wenn es dir so geht, wie es vielen meiner Coaching-Klienten ging, weswegen auch viele von denen zu mir kommen oder das entdecken wir dann, dieses Problem, verbindest du mit Macht viele negative Dinge. Ich sage mal, was ich gesagt habe. Ich habe mit Macht sehr häufig Korruption verbunden. Tyrannei, unterdrückt werden, in der eigenen Freiheit beraubt zu werden, Missbrauch der Schwächeren, Vertreiben von Leuten, die eine andere Meinung als du haben, das Töten und Gewaltsame unterdrücken anderer Ideen. Weil eigentlich habe ich mit Macht sehr viel Negatives verbunden. Und dementsprechend wollte ich mit Macht nichts zu tun haben. Meine Motivation war immer, hey, ich möchte, dass niemand Macht über mich hat. Wir kommen gleich darauf, warum das für dich so wichtig ist. Und je mehr ich mir das angeschaut habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass ich dadurch meine eigene Macht sozusagen enteigne, sozusagen selbst kastriere, wenn du es so nennen möchtest. Weil wenn du handlungsunfähig bist in dieser Welt, dann bist du ja per Definition machtlos. Und irgendwann habe ich mich gefragt, ja, aber was könnte Macht denn noch sein? Macht könnte etwas sein, was dazu dient, das Gute zu beschützen, das Licht zu beschützen, die Schwachen zu beschützen, wertvolle Ideen in die Welt zu bringen und sie zu verteidigen. Das heißt, die Entwicklung des Menschen an sich, des starken Individuums voranzubringen. Und kann Macht noch benutzt werden? Naja, es kann benutzt werden, um dich selbst freizuhalten, um aus Tyrannei, sei es äußerlicher Tyrannei, sei es der innerlichen Tyrannei von Angst, vom inneren Kritiker, von unangenehmen Gemütszuständen, um dieser Tyrannei zu entfliehen. Und das hat meine Sichtweise auf das Ganze komplett geändert. Und plötzlich habe ich eine neue Stärke in mir gefunden, die der Angst und der Unsicherheit und dem inneren Kritiker ganz einfach standhalten konnte. Es war, als würde ich mich wieder daran erinnern, wer ich eigentlich bin. Und das ist ein sehr interessanter Effekt. Und ich erkläre euch auch noch, warum das für dich wichtig sein wird, den ich bei vielen Coaching-Unternehmern oder Teilnehmern von meinen Kursen erlebt habe, dass sie es ähnlich gesagt haben. Ich habe das in einem vorletzten Video euch schon mal gesagt. Ich fühle mich mehr wie ich selbst. Das ist doch super interessant. Ich erinnere mich daran, wer ich eigentlich selbst bin. Warum erzähle ich dir das Ganze? Weil du mit großer Wahrscheinlichkeit genau das Gleiche machst. Du hast überhaupt keine Ahnung, was alles in dir schlummert. Du hast überhaupt keine Ahnung, was für ein Potenzial, was für eine Macht, was für eine Kraft und Stärke in dir schlummert. Und dann lässt du dich von irgendwelchen komischen Kommentaren deines Geistes, die eh nur ein völlig dahergeflogener Gedanke sind oder von einem unangenehmen Gefühl namens Angst oder Unsicherheit, irgendwie aufhalten? So, what? Dir ist schon klar, dass du, wie wir alle, ein menschliches Wesen bist. Ein Mensch. Der menschliche Geist ist so dermaßen mächtig. Es ist Ehrfurchteinflößend. Und wir haben keine Ahnung, was noch alles möglich ist. Wir haben keine Ahnung, was noch alles in uns schlummert. Ernst, wenn du irgendwann mal ein Geschichtsbuch gelesen hast über die Entwicklung der Menschheit oder ein Buch über die Evolutionsgeschichte, wie sich die Menschheit entwickelt hat, wie man dann nicht daraus hervorkommen kann, um zu sehen, wow, der Mensch ist sowas von tough. Und, oh ja, ich bin ja ein Mensch. Das heißt, diese toughness ist auch in mir. Und bisher hat sich in der Geschichte ein Muster immer wiederholt. Immer wenn wir dachten, wir haben eine Grenze erreicht, kam irgendjemand und hat diese Grenze durchbrochen und dann haben es zig Leute nachgemacht. What the fuck? Und du glaubst, dass das nicht auch in dir schlummert? Mal unter uns zwei, ja? Wir hatten dir Sonnenscheiß eingetrichtert. Sorry, wir hatten dir Sonnenscheiß eingetrichtert. Bist du nicht bisher mit jeder Herausforderung klargekommen? Hast du nicht schon zig Probleme und Emotionen und schwere Zeiten in deinem Leben, wo du, während du da drin was dachtest, ey, das ist zu krass, das schaffe ich nicht, hast du es nicht nur geschafft, sondern bist auch noch stärker daraus hervorgekommen und hat es sich nicht genauso angefühlt, als hättest du mehr zu dir gefunden, als hättest du dich nicht mehr daran erinnern, wer du eigentlich bist? und jetzt hättest du dich von Angst, von Zweifeln, von Unsicherheit, ticker, ich muss jetzt mal einen Kaffee trinken, sorry. Und genau das möchte ich dir mitgeben. Du hast keine Ahnung, was alles in dir steckt. Und ein Großteil, warum du dir nicht erlaubst, dich so zu fühlen oder so über dich zu denken, das sind zwei Sachen. Das eine ist die Assoziation, die du gegenüber Macht hast, was wir eben angesprochen haben. Frag dich wirklich mal, was verbindest du mit Macht und ist das eine gesunde Verbindung gemacht? Weil wenn du Macht und Liebe verbindest, wenn du Macht und Authentizität und ein reines Herz verbindest, vor allem wenn du jemand bist, der schon Coachings gemacht hat, in Therapie ist oder in Therapie gegangen ist, sprich, sich um die eigenen emotionalen, mentalen Muster regelmäßig kümmert, dann kannst du sehr viel Gutes in die Welt bringen. Und dann ist Macht etwas sehr, sehr Wichtiges, denn es beschützt das Gute. Und das brauchen wir. Das heißt, guck dir eine Assoziation an. Da gehen wir in Endlich Furchtlos auch sehr, sehr, sehr tief drauf ein. Heute ist der letzte Tag, wo du dir den Kurs sichern kannst. Endlichfurchtlos.de. Die Uhr tickt. Und das andere ist, du hast wahrscheinlich in deinem Leben oft erlebt, dass du eine auf die Nuss bekommen hast, wenn du versucht hast, durchsetzungsfähig zu sein. Das heißt, dass du einen tyrannischen Vater hattest, eine tyrannische Mutter, vielleicht Geschwister, vielleicht bist du in der Schule gemobbt worden, vielleicht war es ein vollkommen zufälliger Kommentar von einem Lehrer von dir, der aber deine Kindesseele oder als du noch ein Jugendlicher warst, so getroffen hat, dass irgendwas in dir gesagt hat, no way, no way, das machen wir nie wieder. Ich bleibe lieber unterm Radar, ich mache mich lieber klein. Wodurch natürlich auch ausstrahlt, dass du leichte Beute bist, um es mal so auszudrücken. Ja, wodurch andere merken, was sie mitmachen können und wodurch du auch mehr und mehr so mit dir umgehst. Das heißt, dich selbst nicht nur klein hältst, sondern kleiner machst und bloß nicht aus der Menge rausstechen willst. Oder, so war es bei mir viel der Fall, ich habe einfach viele Storys erlebt, wo Leute ihre Macht missbraucht haben, korrumpiert wurden und anderen damit Schaden zugefügt haben. Doch dann kommen wir eben wieder zu dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Es gibt genug Menschen in der Menschheitsgeschichte, welche ihre Macht für etwas Positives genutzt haben. Womit wir wieder beim Punkt von eben sind. Du bist ein Mensch und das heißt, du hast auch die Fähigkeit für höheres Denken. Das heißt, du kannst dich entscheiden, ob du in diesem Muster drinbleiben möchtest oder ob du da rausbrechen möchtest. Und ich würde dir einfach mal empfehlen, deine Assoziation mit Macht und deine Beziehung zu Macht, was das alles für dich bedeutet und was du damit verbindest, was du auch damit verbinden möchtest, dir das mal ganz genau anzuschauen, denn du wirst vielleicht eine Stärke in dir finden, von der du dir denkst, fuck, man, warum wusste ich das denn vorher nicht? Du wusstest es, aber du hast es dir halt nicht erlaubt und du hast eine ganze, ganze Menge negative Assoziationen gegenüber Macht, was aus reinem Herzen kommt, denn du hast wahrscheinlich auch viele Negativbeispiele gesehen und wolltest deshalb nicht so ein Opfer werden, wie viele andere da draußen, die ihre Macht oder ihre Stärke missbrauchen. Was noch viel eher zeigt, dass du dein Herz eigentlich am rechten Fleck hast. Du bist mächtiger, als du glaubst, du kannst weitaus mehr aushalten, als du glaubst und du hast weitaus mehr Kraft in dir, als du glaubst, deshalb verbind dich damit mal. Du wirst überrascht, dann ist mit deiner Angst plötzlich alles passiert und wenn du sagst, boah Alex, es holt mich voll ab, ich will da tiefer reingehen, du hast heute noch die Chance, meinem neuen Kurs endlich furchtlos beizutreten, um Mitternacht mache ich die Türen zu, das heißt, dann fange ich mit der Live-Begleitung der Teilnehmer an und dann kannst du eben nicht mehr daran teilnehmen, wenn dich die Sachen aus dem Video hier abgeholt haben oder aus anderen Videos, die ich in den letzten Tagen veröffentlicht habe in dieser Endlich Furchtlos-Serie, dann lege ich dir sehr, ich meine wirklich sehr ans Herz, dir den Kurs nicht nur anzuschauen, sondern daran teilzunehmen. Denn wenn dich das hier abholt, das sind vielleicht fünf Prozent von der Tiefe, wie wir in Endlich Furchtlos und das Thema Angst, Furchtlosigkeit, Macht, Selbstsicherheit, etc. reingehen werden. Das heißt, es wird sehr intensiv und du wirst auf der anderen Seite rauskommen mit einem Gefühl von Stärke, was ich dir schwer in Worten beschreiben kann, sagen wir es mal so, und du hast eben nichts zu verlieren. Ich meine, ich gebe dir wie immer eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, das heißt, Worst-Case ist, du probierst es aus und es gefällt dir nicht, okay, kriegst dein Geld zurück oder aber es wird dein Leben so dermaßen krass verändern, dass du dir denkst, boah, gut, dass ich das gemacht habe. Danke dir. Also, geh auf endlichfurchtlos.de das ist deine letzte Chance, beizutreten, denn das hier sagen andere Teilnehmer. Das hat mich so krass verändert, wirklich. Meine Freundin sagt, ich bin ein anderer Mensch seither. Das ist echt krass. Das hat mir so krass geholfen. Wie gesagt, meine Beziehung hat sich krass verändert, ich habe mich krass verändert, mein Business hat sich verändert, durchweg positiv. Ich hätte niemals geglaubt, dass das so schnell möglich ist. Das sage ich bis heute noch, das ist die beste Entscheidung meines Lebens war, was sich bei mir komplett geändert hat. Von einem unsicheren, überemotionalen Mädchen, hier bewusst Mädchen, zu einer selbstbewussten und reflektierten Frau. Bis zum nächsten Mal.